alle lieben heute möchte ich euch das buchschau genau macht dich schlau und zwar zum thema wälder näher zeigen als hat 64 dünne seiten kostet 20 euro und wird für 5 bis 16 jährige empfohlen ja zunächst wird hier der schwarzwald näher gezeigt und all die tiere die kultur und vieles mehr gezeigt wird zum beispiel auch die kuckucksuhr oder die schwarzwälder torte und das sind immer so aufklappseiten man erfährt wirklich sehr sehr viel hier auf diesen seiten zum beispiel eben wie gesagt zum schwarzwald dann wird auch das leben der bäume oder auch die jahreszeiten gezeigt oder auch die fotosynthese erklärt also wirklich sehr sehr bunte mischung hier wie ihr sehen könnt und der regenwald wird hier ebenfalls dargestellt und all die bewohner darin das ist jetzt hier im hochformat passt leider nicht ins video deswegen kann ich es nicht drehen aber ich zeige euch das einfach mal so aufgeklappt und ja der formatwechsel sorgt dabei für abwechslung man bekommt unglaublich viel wissen wissen in kompakten texten dann wird hier auch die nationalparks gezeigt oder die unter wasserwälder sowie die helden des waldes fand ich auch sehr interessant und auch meine kinder wirklich sehr spannend zum beispiel wird hier big food gezeigt oder robin hood elfen aber auch trolle und einhörner also wirklich vieles und am ende gibt es noch eine übersicht über die rohstoffe und ihre nutzung was einen schönen abschluss bietet das buch ja bietet einem wirklich einen sehr großen überblick über die verschiedenen wälder ihre bewohner und vieles mehr auf diesen tollen aufklappseiten uns hat das buch sehr gefallen weil es eine gute ergänzung zum sachunterricht bietet finde ich und dennoch ein etwas anderes wissensbuch ist was zum beispiel wie gesagt das einhorn im buch beweist ja fand ich wirklich sehr gut gelungen wollte ich euch unbedingt mal zeigen dass wirklich ein sehr nettes kinderwissens buch wenn euch das video gefallen hat lasst mir sehr gerne einen daumen hoch abonniert meinen kanal und schaut auch gerne meine weiteren videos an macht's gut